Respektiere die Tiere. Tiere können keine Menschen sein. Menschen können aber Tiere sein. Tiere benehmen sich nie unmenschlich. Tiere und kleine Kinder sind der Spiegel der Natur. Der Gerechte kennt die Seele seiner Tiere. Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, dass Menschen nicht denken. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Tiere kennen keine Vorurteile. Dem Glück der Menschen fehlt nur die Genügsamkeit der Tiere. Gott schuf die Menschen und das Tier. Er hat uns die Tiere anvertraut, nicht ausgeliefert.